Nice! Ausrüstungs-Mission abgeschlossen! Digga, was ist hier denn? Ja komm her, rein! Wohin! Alter, jetzt... Wieso hab ich das geahnt, warum? Alter, das ist zu viel! Alter, das ist zu viel! Was soll nächstes machen? Soll wir auch wieder zurückkommen? So, jetzt gehen wir erstmal rein in den Bunker. Oh, jetzt seh ich auch die geile Animation hier. Bist du denn? Ja, Hauptsache. Hauptsache diese Plattform ist so riesig und dann ist da so ein winziges Schaltpult, wo man dann diesen riesigen Aufzug betätigt, ey. Die nach rechts rein, hier vorne auf dem Counter lag das. Aber ich hab die ja jetzt schon genommen. Wie bist du da reingedrungen? Ja, da steht natürlich schon das Flugzeug. Nice! Ich hab sie jetzt auch. Als ob die bei dir da lag. Doch, natürlich! Wie geil! Doch, die liegt bei jedem da, ich kann die mir jetzt auch gleich holen, die Waffen. Nice! Ich geh da jetzt mal direkt hin, wenn ich wüsste wo das ist. Hast du hier schon irgendwelche Fahrzeuge abgestellt? Ja! Ja! Hallo! Oh, nice! Nice, nice! Ist ja auch toll! Schön, dass du alles so machst für uns! Ist wirklich so! Und ist alles kostenlos! Ich bin schon zwar! Ja, nee! Ja, natürlich ist es kostenlos! So, ja! Man muss sich nichts kaufen! Nee! Nee, einfach leid! Einfach leid! So, komm ich hier jetzt rein? Ja! Das ist auch so riesig hier, ne? Das ist so ein... Ah, hier gehts wahrscheinlich ein... Das ist das nicht normal! Aha! Ah, da sind die... Nein! Hallo! Bzw. hier hinten, das kann ich, äh, das kann ich auch mal direkt zeigen. Na, jetzt... Jetzt hab ich denn... Ich bin voll verwirrt, wo es lang... Hier gehts... Hier gehts... Hier geht es weiter... Warte mal, hier gibt's ein Easter Eggs! Hier ist die Orbital-Kanone! Oh ja! Komm her, komm doch mal her! Komm doch mal her! Hey! Wo bist du denn? Wie bist du denn? Wo bist du denn? Ich hol mir erstmal die ganzen Waffen, die hier rumliegen... Das ist die Orbitalkanone. Ich kann die aktivieren gleich. Was kannst du damit machen? Drück mal E da dran. Ja das ist richtig krass. Du kannst die ganze Map von oben beobachten und kannst dir ein Ziel aussuchen und das dann einfach von jetzt auf gleich zerstören. Echt, Alter. Das ist die Orbitalkanone. Ja, erstmal guten Tag, herzlich willkommen. Neue Video geht ja online. Das hier ist das neue Update, ist heute erschienen. Wie heißt das nochmal? Doomsday Heist. Doomsday Heist. Diese Orbitalkanone ist ein neues Ding. Komplett überteuert eigentlich für den normalen GTA-Spieler. 500.000 freien Abschuss. Das ist schon... Alter, Alter. Seht ihr gerade, wie sich das bewegt oder nicht? Seht ihr gerade, wie das verfolgt? Ja, ich seh das. Hast du automatisch eine Spielerfassung reingebracht? Ja, genau, genau. Ja, genau, nice, 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 nice. Also, 700.000, das ist ja nicht normal. Mit automatischer Zielerfassung 750.000. Warum? Warum? Nein, ich kann nicht ranzoomen. Ne, das ist schon extrem teuer. So, abfeuern. Ja? Oh, wir sind jetzt recht dabei, Alter, bei der ersten... Achso, man muss gedrückt halten. Ja. Oh. Und? Ja? Bam! Ja! Ich dachte, man sieht es wenigstens ein bisschen. Geil. Das ist schon... Das ist schon nice. Oh, wie geil. Das ist schon nice. Lol, ich krieg sogar RP dafür, weil ich in der Kanone drin war. So. Oh, wie geil. So, dann machen wir jetzt die Highs, ne? Es ist ja neuer Highs dazu gekommen in diesem Update. Ja, und das, komm mal, dann können wir jetzt einen Screenshot machen. Und den machen wir jetzt. Achso, ich bin jetzt erst draußen. Ja, moin. Ich schicke dir jetzt die Adresse rüber. Du brauchst den Krankenwagen. Ja, ist ja klar. Ich hol den Panzer und... Achso, man kann sich doch selber hauen. Ja, ist ja klar. Hallo, ich sterbe, wenn du mich nochmal damit schlägst. Was soll ich, was soll ich für ein Fahrzeug nehmen? Soll ich den Truppenwagen nehmen oder soll ich den Panzer nehmen? Ja, Truppenwagen können wir alle zusammen mitfahren, oder? Gut. Ah, der ist jetzt noch nicht aufgerüstet. Wollte ich ihn einfach unaufgerüstet lassen? Oder soll ich ihn noch schnell aufgerüsten? Nein! Okay, das hört sich an. Ja, aber ich bekomme gar keinen Schaden. Ja, ich bekomme keinen Schaden. Ich hab noch keinen... Los! Ja, übertreib. Man kann es auch übertreiben, ne? Geiler Scheiß, man. Geiler Scheiß. Nice! Ah, der ist noch nicht aufgerüstet, ne? Sonst könnte... Jetzt könntet ihr wahrscheinlich... Woll! Woll, wer macht das denn? Leon? Ich. Ja. Ziverius, natürlich. Achso. Ich verstehe. 2,2. Das ist gar nicht mal so, weil... Ja, was was scheiß Boden wird, ey. Ich konnte mich lenken. Stell dir vor, du hättest ihn jetzt direkt versenkt, ey. Direkt versenkt, so 5 Meter. Warum hab ich eigentlich den Weg gefunden, Mann? Das wäre sowas für eine Fosszene, ey. Das wäre sowas für eine Fosszene. Das wäre eigentlich eine Fosszene, ja. Ja. So. Ich wette, man... Der sieht nicht sehr wendig aus. Nee, das aber nicht. Oh Mann, ey. Ja. Darfst du ja rausschneiden, ne? Ja, ist ja wieder klar. Neiiiin! Ich würde dir unbedingt ein Tuning der Bremsen empfehlen. Ach, kannst du den auch tunen? Ja, man kann den auch tunen. Der kommt doch was... Der kommt da nicht hoch, Mann. Fahr doch unten lang rum. Der Wagen ist scheiße. Ja, wenn der aufgerüstet ist, nicht? Ja, dann ist das scheiße. Erst dann ist das scheiße. Erst dann ist das scheiße, ne? Oh Mann. Wunderbar. Du hast nur Scheine, Mann. Ey, nee. Daran liegt es nicht. Ich glaube, du kannst einfach nicht fahren. Wie? Was heißt, ich kann nicht fahren? Ja, Digga. Das hast du den vielen PS zu verdanken, Alter. Nee, weißt du? Vielleicht weg das hier drauf ist. 1,4 Kilometer. 1,4 Kilometer. 1,5 Kilometer. Das ist ja der andere. 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 Ja, das ist ja der andere. So richtige Blutspur, der lebt eiskalt. Du kannst ihn nicht umbringen. Ich habe auch kein Leben verloren. Als habe ich mit der Waffe gehauen. Das geht nicht. Schau mal, pass... Ja, streck doch jetzt mal an. Streck doch mal an, jetzt. Streck doch mal an, jetzt! Soll ich mich hin, ja. Überschütte doch mit Wasser, ey. Ich wollte gerade sagen. Ja, ist ja klar. Gönst euch der 8. Ja, dann sollten wir den Lamborghini R8. Der Haft übrigens. Das Traktor. Ist ja wieder klar. Ich dachte so, der Raum ist gut jetzt. Ne, wir werden noch mehr Zeit verlieren. Hätte ich ihm ja locker zugetraut, ne? Das ist echt so. Oh man. Alter, wie schnell der werden kann. Ja, ist nice. Alter, ist ja extrem schnell. Ja, wie er mich einfach weggeraden kann. Ist klar. Alter, wenn du dich jetzt hier festgefahren hast. Hallo? Ich bin nicht. Wenn du dich jetzt hier festgefahren hast. What? Alter, stell dir vor, du hättest dich festgefahren, Alter. Durch den Schubs da vor so ein ultra witziger Auto, ey. Oh man, ich krieg zu viel. Stiehl den Krankenwagen. Oh, kein Ding. Nein, ich fahre, ich hab die Fahrskills. Ne, ich hab hier die Fahrskills. Ich hab hier die Fahrskills, Alter. Ja, das ist wirklich so. Ich fahre das. Ja, bist du überrascht. Dann lass mich hier wenigstens einstecken. Hallo, ich kann nicht fahren. Ja, weil ich der Fahrer bin. LoL! Ja, Digga. Nervt euch! Nervt euch! Nimmst du auch so ab? Hey, nicht abhauen, Mann! Ja, ich nehm jetzt rein. Ich kann nicht fahren. Mach mal hier Fahrzeug. Ich kann auch nicht fahren. Mann, jetzt erzähl ich. Dann fahren wir mit dem RH8. Komm mal hier rein. Wo seid ihr denn? Seid ihr Bandit? Wir fahren mit dem RH8. Nein, warte, ich mach euch den drauf. Warte, guck mal. Mann, das nervt mich, dieser Scheister. Fabio, komm rein. Komm rein! Mach rein! Ja, warte mal. So, ihr könnt jetzt in den Truppenwagen. So, ich fahr den da. Lass mich rein. Jawoll. Haben wir. Ja, ja, ja. Ist doch der Karl da. Ja, der ist schon gefahren. Volk einfach dem. Warte, ich jetzt mal kurz den Wegpunkt zu diesem Punkt da. Boah, muss ich da jetzt hinkommen oder was? So, ich hab die Cops gleich abgeschüttelt, ne? Wow, ich fahr nochmal gegen den Baum. Toll, schön zu wissen, dass ich auf dem... Wer ist denn da rechts von mir? So. Lol. Ich spreche das. Warum fährst du über... Ist ja egal. Ja, weil Severus da ist. Äh. Hm. Juckt nicht. Aber wobei, man wird ja seine Sterne gut los. Ja, mit dem Laster. Schön, ey. Das ist... Das ist so ne... so ne Sache, ey. Oh, komm. Ich glaube... Mann, Bullen, jetzt stellt mir doch nicht den Weg, Alter. Nicht übertreiben jetzt. Mann, als ob die mir jetzt hier folgen, Mann. Was zieht euch? Ja, ich hab 10.000 bekommen. Wofür? Ist ja wieder klar. Wofür? Als arbeitsmitarbeiter... Ja, ist ja wieder klar. Ich möchte nicht, wenn ich die Blut bezahlen muss. Ja, du hast es zu bezahlt. Mann. Dieser Laster ist ja auch der letzte Dreck, ne? Ich bin so gespannt, wie viel man am Ende bekommt, ne? Ja, hab ich auch. Das ist ja das einzig Relevante. Ja, hier. Fabio, komm her. Ich hol dich ab. Ja, ist ja wieder klar. Fahr doch nicht mit so'n scheiß Laster. So. Ist doch voll nice mit dem Ding umzufahren. So, ich füße die Bullen jetzt erstmal schön ab. Oh, gut. Dieser komische Grapefruit. Ist weg. Nein. Die Leute hoch, Mann. Ich bin grad froh, dass niemand hier ist. Sonst würden wir locker abwagern. Linke volle Kraft nach rechts, ne? Also, du bist schon in der Kurvenlage, da stand man, ne? So. Nice. Fabio, guck mal, wer die ist. Oh, okay. Ausrüstungsmission abgeschlossen. Digga. Zieh dir. Ja, komm her. Wohin. 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 Ey, das ist nicht... Äh. Das ist ja ein bisschen Star. Warum? Äh. 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 Alter, das ist zu viel. Äh. 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 Was soll wir jetzt machen? Soll wir auch wieder zurückkommen? Eigentlich ja, ne? Weil ich muss den Truppenwagen noch aufrüsten. Achso. Ich komm mit. Ja, ja. Komm mit. Ich komm mit. Wie geil. Bei Panzer gibt es Primärfarbe, Sekundärfarbe und Geschützfarbe. Also drei Farben. Ah scheiße. Hä? Loll. Wo denn? Nein! Ja, willst du mit mir auch machen? Bohohohoho. Bohohoho. 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 Scheiße. Lol. Hey. Ich hab irgendjemanden erledigt obwohl ich hier nichts... Achso. Er ist in meine Mine gelaufen. Plus. Sieb ihr? Erst hab mich zu fahren. Er ist ja wieder. Jetzt komm ich dich einraten. Du musst zu diesem... Du musst zurückkommen. Nö, du spiel raus. Jaaa. Haha. Safe. Hmhm. Was steht denn hier rum? Wo? Ich werde erst den Panzer raushauen. Aus meiner Hose. was genau was ich meine weil ich da einfach einsteigen konnte ja safe hast du den nicht kann ich da jetzt einsteigen ja alter wie geil wer kann es als zweiter ich kann sogar ich kann sogar den granat ich kann den granatwerfer jetzt machen jetzt sind wir zu dritt hier drin ja dann fangen wir zum nächsten der panzer ist ja viel besser als der truppenwagen das wasser schießen ja wir wollen das mal nicht übertreiben er fällt bei den 7 stelle runter ja das war weil es gerade geleckt hat alter der hat richtig kraft aber der hat richtig dampf alles der wollte ewig mit dem panzer dahin zu fahren so lang ist der jetzt auch nicht nein nein ich wollte den treffen was denn? ich wollte den treffen mann oh schade ja kommen wir mal aussteigen ich verstehe dich auch nicht oh genau in die granate geil nicht sterben steigt doch jetzt mal ein nicht sterben wir brauchen was wir brauchen 4 deluxus 4 4 ja klar am ende muss man wahrscheinlich weg und was war der deluxus nochmal? das war das war das ist nicht der das ist der delorean oder? ja glaub auch ja du machst du musst dir vor allem damit kaputt fabio wenn du dir mal so mal ran darfst ey ich mach das nicht noch der panzer ja ich hab das nicht gemacht ne ich schieß die dinger nicht lol wir explosieren bestimmt gleich der panzer raucht ach geil nein siehste das liegt nicht an mir wir werden die ganze zeit abgeknallt scheißdreck lag das an mir alter ich lag das an der ja ist ja klar fabio du bist schuld ja wuchse wuchse hier ist ne auto hier ist ne auto da fottst du arm man ich kann nicht auf die schießen man das ist doch malz ja was müssen wir denn jetzt achso die mission läuft immer noch achso achso so ich bin jetzt ich bin jetzt da aber ich brauch irgendeine wow schild hä loll von wo hä da Ah, meine Aims könnten besser sein. Ich bin da gerade auf Maus umgestiegen, weil mein Controller macht das nicht so viel Sinn. Ich laufe mal hier rum. Jetzt muss er nachladen. Ich laufe von der rechten Seite rum. Aber ich muss sagen, es ist von der Schwere her... Wow. Wow. Nein, ich bin tot. Lol. Ja, wow, geht ja alone. Ach so, aber das war... Oh, nicht rot, Alter. What is that? Na, wow. What the... Ja, die können durch die Wand schießen, oder was? Ja, wo ist das? Nein, das war der alone, scheinlich. Nein, wo ist der denn? Hier ist doch keiner. Auch da hinten ist der Schlüssel, okay, du hast ihn. Er war, hier muss doch irgendwo noch ein Gegner sein. Ach da. Ach so, der hat von oben die ganze Zeit geschossen. War präglich. Ist ja auch noch einer. Gut. So, das geht ja alone, der müssen wir umdrehen. Du musst... Wo denn? Ach da. Außerhalb. Was will der eigentlich? Warte, ich gehe raus. Ja, ich kann mich jetzt nicht. Ich habe jetzt gerade die Schlüssel. Ja. Ja, er hat einen Minigun, please. Okay, warte, warte, warte. Ich habe auch einer. Ja, warte, ich habe auch einer. Wenn das nicht reicht, äh... Ist das ein... Man, warum kann ich denn diese Scheiße hier nicht verändern? So. Wo ist der? Wo ist der? Er ist doch da hinten. Ja, warte, ich sehe ihn. Habe ich ihn? Ja, habe ich ihn. War schön. Dann macht schnell. Was ist denn hier drinne? Ja, ist ja klar. Ich nehme... Mann, ich wollte den blau. Nimm dir den roten. Wie geil. Achtung, GTA London. Ich nehme den grün. Oh shit, Alter. Bleibt erst mal stehen. Bleibt erst mal stehen. Ich bin zum Westen schon noch. Ich bin jetzt immer noch drin, ja. Kann man denn damit fahren? Oder fliegen? Bis jetzt. Soll ich rauskommen? Nee, alles durch. Nee, alles durch. Ich komme jetzt raus. Kann man denn damit fliegen? Ich weiß nicht. Ich glaube, mit dem kann man gar nicht fliegen, oder? Der war doch in dem Trailer. Doch, eigentlich. Ist das das... Ja. Ich war einfach noch im Link-Modus. Das konnte der mich nicht abschießen. Nicht, aber eben. Ja, dann schnell. Warte, warte, warte. Ich finde es geil, das Auto wirklich. Das Auto hat halt wirklich die Schichten. Das fährt aber auch richtig gut, ne? Ja. Das fährt auch einfach mega nice, ja. Alter, die Kurve ist voll geil. Er rutscht noch ein bisschen. Also irgendwie... Also ich glaube, der hat dieses Fliegding nicht ausgerüstet oder so. Hm, ich glaube auch. Ja, du hast wahrscheinlich deinen Jungen in der Sache. Das ist halt wieder so. Ah. Ah. Aber wir müssen aber nochmal zurück und den letzten holen, ne? Hm. Achso, wir müssen zu Los Angeles Customs fahren mit dem Ding. Mann ey, wieso fahre ich da und gegen irgendwelche Leute gehen? So, und rein in LS Customs. Ja, wie knapp. Was soll ich jetzt machen? Ja. Soll ich den... Soll ich den umlackieren? Oder soll ich den einfach nur... Lackieren, 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 ja. Ah ja, lackierung, mehr Farbe. Ich nehme meine klassische Farbe. Ich nehme blau, ey. Ja. Meiner ist... Wie es sich gehört, ist meiner natürlich schwarz. Und zwar überall. Alles kostet alles. Ja, ist doch nice. Ich möchte blau haben. Wobei... Doch, ich weiß. Meiner ist selbstverständlich Max Schwarz. Ey, die Sekite Aluni ist wieder dran. Äh, lackiere und... Ihr müsst aufpassen, der Typ ist wieder da. Easy. Also erstmal stehen bleiben. Nein, ich würde direkt losfahren. Nein. Ich dachte, ich bin noch... Okay, ich gebe Vollgas. Also ist der Typ vor wie das? Ich frag mich auch. Wenn eins dieser Autos... Wenn eins dieser Autos... Explodiert einmal. Verschissen. Da hinten ist ein Spieler, ne? Schon wieder. Alter, das ist ein Hacker. Das ist ein Hacker. Ja. Ich hab den grad so oft abgeschossen. Was passiert denn? Ja, wir haben schnell ab und dann... Sonst sollte das passen. Ja, wahrscheinlich ist er wieder hier. Aber klein ist kaputt, ne? Also wenn er sich nicht gerade teleportiert, dann bin ich weg. Oh, das ist nicht gut. Als ob uns jetzt so ein Typ... ...sieße Scheiße hier versaut. Meine Güte, das kann auch echt nicht so schwer sein. Ja, ganz richtig so. Hacker. Ja, Today. Ja. Hoffnung. Die gibt's noch. Sie haben uns nicht verlassen. Ah, nicht den Abhang runter mit dem Ding. Hier, komm rein. Ich möchte ihn umbringen. Ich rette euch schon. Nein. Irgendwann hat der kein Muskel. Richtig, deswegen werde ich ihn umbringen. Nein. Dann wird er es recht weitermachen. Okay, einer... Alter, was ist das denn? Können wir die Mission jetzt überhaupt noch schaffen? Einer der Autos ist jetzt zerstört. Jetzt kann ich alles haben. Du wirst du... ...hast jetzt einfach abfahren. So, ich bin jetzt im Hangar. Komm rein, komm rein, komm schnell rein, komm schnell rein. Komm schnell rein. Ja, fahr mich halt um. Komm rein. Nein, 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 fahr jetzt weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg. Ja, ja, ich fahr weg. Dann darfst's. Bis zum nächsten Mal.